Schneeweißchen und Rosenrot von den Gebrüdern Grimm Eine arme Witwe, die lebte einsam in einem Hütchen, und vor dem Hütchen war ein Garten. Darin standen zwei Rosenbäumchen, davon trug das eine weiße, das andere rote Rosen. Und sie hatte zwei Kinder, die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß Schneeweißchen und das andere Rosenrot. Sie waren aber so fromm und gut, so arbeitsam und unverdrossen, als je zwei Kinder auf der Welt gewesen sind. Schneeweißchen war nur stiller und sanfter als Rosenrot. Rosenrot sprang lieber in den Wiesen und Feldern umher, suchte Blumen und fing Sommervögel. Schneeweißchen aber saß daheim bei der Mutter, half ihr im Hauswesen oder las ihr vor, wenn nichts zu tun war. Die beiden Kinder hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen und wenn Schneeweißchen sagte, Wir wollen uns nicht verlassen, so antwortete Rosenrot, so lange wir leben nicht. Und die Mutter setzte hinzu, was das eine hat, soll es mit dem anderen teilen. Oft liefen sie im Walde alleine umher und sammelten roten Bären, aber kein Tier tat ihnen etwas zu leid, sondern sie kamen traulich herbei. Das Häschen fraß ein Kohlblatt aus ihren Händen, das Reh graste an ihrer Seite, der Hirsch sprang ganz lustig vorbei und die Vögel blieben auf den Ästen sitzen und sangen, was sie nur wussten. Kein Unfall traf sie, wenn sie sich im Walde verspätet hatten und die Nacht sie überfiel. So legten sie sich nebeneinander auf das Moos und schliefen, bis der Morgen kam. Und die Mutter wusste das und hatte ihren Wegen keine Sorge. Einmal, als sie im Walde übernachtet hatten und das Morgenrot sie aufweckte, da sahen sie ein schönes Kind in einem weißen, glänzenden Kleidchen neben ihrem Lager sitzen. Er stand auf und blickte sie ganz freundlich an, sprach aber nichts und ging in den Wald hinein. Und als sie sich umsahen, so hatten sie ganz nah bei einem Abgründer geschlafen und wären gewiss hineingefallen, wenn sie in der Dunkelheit noch ein paar Schritte weitergegangen wären. Die Mutter aber sagte ihnen, das müsste der Engel gewesen sein, der gute Kinder bewache. Schneeweißchen und Rosenrot hielten das Hütchen der Mutter so reinlich, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Im Sommer besorgte Rosenrot das Haus und stellte der Mutter jeden Morgen, ehe sie aufwachte, einen Blumenstrauß vors Bett. Darin war von jedem Bäumchen eine Rose. Im Winter zündete Schneeweißchen das Feuer an und hing den Kessel an den Feuerhacken. Und der Kessel war von Messing, glänzte aber wie Gold, so rein war er gescheuert. Abends, wenn die Flocken fielen, sagte die Mutter, Geh, Schneeweißchen, und schieb den Riegel vor. Und dann setzten sie sich an den Herd und die Mutter nahm die Brille und las aus einem großen Buche vor. Und die beiden Mädchen hörten zu, saßen und spannen. Neben ihnen lag ein Lämmchen auf dem Boden und hinter ihnen auf einer Stange saß ein weißes Täubchen und hatte seinen Kopf unter den Flügel gesteckt. Eines Abends, als sie so vertraulich beisammensaßen, klopfte jemand an die Türe, als wollte er eingelassen sein. Die Mutter sprach, Geschwind, Rosenrot, mach auf, es wird ein Wanderer sein, der Obdach sucht. Rosenrot ging und schob den Riegel weg und dachte, es wäre ein armer Mann. Aber der war es nicht. Es war ein Bär, der seinen dicken, schwarzen Kopf zur Türe hereinsteckte. Rosenrot schrie laut und sprang zurück. Das Lämmchen blöckte. Das Täubchen flatterte auf und Schneeweißchen versteckte sich hinter der Mutterbett. Der Bär aber fing an zu sprechen und sagte, Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts zu leid. Ich bin halb erfroren und will mich nur ein wenig bei euch wärmen. Du arme Bär, sprach die Mutter, leg dich ans Feuer und gib nur Acht, dass dir dein Pelz nicht brennt. Dann rief sie, Schneeweißchen, Rosenrot, kommt hervor. Der Bär tut euch nichts. Er meint's ehrlich. Da kamen sie beide heran und nach und nach näherten sich auch das Lämmchen und Täubchen und hatten keine Furcht vor ihm. Der Bär sprach, Ihr Kinder, klopft mir den Schnee ein wenig aus dem Pelzwerk. Und sie heulten den Besen und kehrten dem Bär das Fell rein. Er aber streckte sich ans Feuer und brummte ganz vergnügt und behaglich. Nicht lange so wurden sie ganz vertraut und trieben Mutwillen mit dem unbehoffenen Gast. Sie zausten ihm das Fell mit den Händen, setzten ihre Füßchen auf seinen Röcken und walgeten ihn hin und her. Oder sie nahmen eine Haselrute und schlugen auf ihn los. Und wenn er brummte, so lachten sie. Der Bär ließ sich's aber gerne gefallen. Nur wenn sie's gar zu arg machten, rief er, Lass mich am Leben, ihr Kinder, Schneeweißchen, Rosenrot, schlägst du den freier Tod. Als Schlafenszeit war und die anderen zu Bett gingen, sagte die Mutter zu dem Bär, Du kannst im Gottesnamen da am Herde liegen bleiben. So bist du vor der Kälte und dem bösen Wetter geschützt. Sobald der Tag graute, ließen ihn die beiden Kinder hinaus und er trabte über den Schnee in den Wald hinein. Von nun an kam der Bär jeden Abend zu der bestimmten Stunde, legte sich an den Herd und erlaubte den Kindern, kurzweil mit ihm zu treiben, so viel sie wollen. Und sie waren so gewöhnt an ihn, dass die Türe nicht eher zugeriegelt ward, als bis der schwarze Gesell angelangt war. Als das Frühjahr herangekommen und draußen alles grün war, sagte der Bär eines Morgens zu Schneewittchen, Nun muss ich fort und darf den ganzen Sommer nicht wiederkommen. Wo gehst du denn hin, lieber Bär? fragte Schneewittchen. Ich muss in den Wald und mein Schätze vor den bösen Zwergen hüten. Im Winter, wenn die Erde hart gefroren ist, müssen sie wohl unten bleiben und können sich nicht durcharbeiten. Aber jetzt, wenn die Sonne die Erde aufgetaut und erwärmt hat, da brechen sie durch, steigen herauf, suchen und stehlen. Was einmal in ihren Händen ist und in ihren Hörlen liegt, das kommt so leicht nicht wieder an das Tageslicht. Schneewittchen war ganz traurig über den Abschied und als es ihm die Türe aufriegelte und der Bär sich hinausdrängte, blieb er an dem Türhacken hängen und ein Stück seiner Haut riss auf und da war es Schneewittchen, als hätte es Gold durchschimmern gesehen. Aber es war seiner Sache nicht gewiss. Der Bär lief eilig fort und war bald hinter den Bäumen verschwunden. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald reisig zusammen. Da fanden sie draußen einen großen Baum, der lag gefällt auf dem Boden. Und an dem Stahme sprangen zwischen dem Gras etwas auf und ab. Sie konnten aber nicht unterscheiden, was es war. Achtung. Dich.